Ich habe es tatsächlich getan. Ich habe mein Buch Heilsame Hypnose in ein Hörbuch umgewandelt. Und weil ich mich direkt in die Rolle der Zuhörerin begeben habe, habe ich festgestellt, dass ich das total nervig fände, wenn es nur ein Kapitel, also eine Viertelstunde zu diesem Buch gibt. Also habe ich fünf Kapitel fertig gemacht, damit man die Einleitung, das Warum, Wieso, Weshalb und alles, was zu Hypnose gehört, alles drumherum, dass das schon mal da ist für Dich. Also aufgepasst, ab morgen Sonntag sind die ersten fünf Kapitel des Buches tatsächlich zu hören. Wir hören uns!